Dabei ging es auch um eine bessere Kommunikation bei den Christdemokraten. Also wir haben mit der Fraktion, mit der Partei sehr viel darüber diskutiert, wie wir insgesamt die Kommunikation auf allen Ebenen der Partei verbessern können. Von oben nach unten, aber auch umgekehrt. Häufig kriegen wir nicht genug Feedback. Wir brauchen den Draht zur Basis stärker, um zu wissen, wie auch Maßnahmen vor unten wirken und ankommen.